Bei einem Zimmerbrand wurden am Samstag in Leimen, St. Ilgen, drei Personen verletzt. Gegen 22 Uhr brach aus bislang noch nicht bekannten Gründen im Einzimmer-Apartment einer 62-jährigen Frau in der Julius-Bäcker-Straße ein Brand aus. Beim Eintreffen der Polizeibeamten stand die Frau in der völlig mit Rauch eingehüllten, geöffneten Wohnungstür. Sie wurde von den Beamten zunächst in Sicherheit gebracht und kam anschließend wegen einer starken Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Ja, die Feuerwehr Leime mit der Abteilung St. Ilgen und Leime ist gegen 22.15 Uhr zu einem Wohnungsbrand alarmiert worden in einem Gebäude mit insgesamt elf Wohneinheiten. Beim Eintreffen haben wir bereits aus dem ersten Obergeschoss Flamme aus einem Fenster geschlagen. Wir sind dann hoch, haben die Bewohnerin vorgefunden, die konnte sich noch an die Wohnungstür retten, haben diese Dame in Sicherheit gebracht und haben dann von zwei Seiten. Wir sind dann wieder mit den Löschmaßnahmen begonnen. Zwei weitere Hausbewohner wurden wegen des Verdachts auf eine leichte Rauchgasintoxikation ebenfalls in einem Krankenhaus untergebracht. Bei einer der Verletzten soll es sich nach PR-Video-Informationen um eine Frau handeln, die bereits 103 Jahre alt ist. Bei dem Brand, welcher durch die Freiwilligen Feuerwehren Leimen und Nussloch, die mit 48 Personen vor Ort waren, recht schnell gelöscht werden konnte, entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Die aufgrund der Lage vorsorglich hinzu alarmierte Drehleiter musste nicht mehr ins Geschehen eingreifen. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei Heidelberg geführt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei Heidelberg geführt.